Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Super Mario Maker 1 Level Per Day. Das heutige Level wurde uns von Ellie Yu eingesendet. Are you a Spin Jump King? 21,6% Abschlussrate, 95% haben es gespielt. Ja. Und wir spinnen, spin it babies. You spin my head right round. Ach, wie auch immer. Ne, kommen die nicht mehr mit. Hääääh! Nein, ich bin kein Spin Jump King. Also Ellie, das erste, was mir auffällt, Gegner gespamme. No go, no go, no go! No go! Äh, ist, ne. Ne. Also. Beweg die Fromp. Mach kein Gegner gespammet da die ganze Reihe durch, ja. Platzier die ein bisschen woanders und so. Und, achso, da muss ich reingucken. Und so ein bisschen anders platzieren. Und, ähm... Vielfalt. Vielfalt. Es fehlte einfach an Vielfalt. Ja. Das ist das, was gefehlt hat. Definitiv, das hat gefehlt. Vielfalt. Da musste mehr Bewegung rein in das Ganze. Es war, zum Schluss da einfach nur noch nach den Spinnen brauchst du eigentlich gar nicht mehr Spin. Ja. War nicht nötig, wenn du den, äh, wenn du den Pilz hattest. Einfach durchrennen, fertig, aus. Das, das hat nichts, das ist am Thema vorbei. Um es mal so zu sagen. Also, deine Beschreibung. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohard Rhein. Tschö, tschö.